Hallihallo, in dieser Episode nehmen wir auf, dass wir den Render Pass tatsächlich starten wollen und auch, dass wir ihn wieder beenden wollen. Und das muss natürlich beides passieren hier zwischen dem vk-beginn-command-buffer und vk-end-command-buffer. Und die Befehle dafür heißen, um den Render Pass zu starten, vk-command-beginn-render-pass. So, und das erwartet als erstes dann unseren Command-Buffer. Das ist dann Command-Buffers an der Stelle i. Dann die Information für den Render Pass Begin Info, also die Speicherertest von Render Pass Begin Info. Und das letzte gibt dann im Prinzip nur noch an, ob wir tatsächlich jetzt sekundäre Command-Buffer benutzen wollen oder nur primäre. Wenn wir nur primäre verwenden wollen, dann müssen wir es stellen auf vk-subpass-contents-inline. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Wir wollen es nur primäre benutzen. Falls wir auch sekundäre benutzen wollten, müssten wir hier noch secondary Command-Buffers eingeben stattdessen. Aber wie gesagt, ich lasse es hier auf inline. So, und damit wird dann das Ganze gestartet. Dazu ganz kurz zur Terminologie von Vulkan. Wenn wir irgendetwas recorden wollen in unserem Command-Buffer, dann beginnen die Befehle dafür immer mit vk-command, also vk-cmd. Und dann das, was wir wirklich tun wollen. Und der erste Parameter ist immer unser Command-Buffer. Ist immer das Gleiche. Also wir werden noch andere sehen, jetzt gleich auch in den nächsten Episoden werden wir noch andere vk-command-befehle sehen. Aber diese Sachen, das vk-command und das erste ist immer der Command-Buffer, ist immer das Gleiche. So, und jetzt wollen wir auch wieder dafür sorgen, dass der Render-Pass aufhört. Das ist dann mit vk-command-end-render-Pass. Und dann braucht es hier einfach nur noch den Command-Buffer an der Stelle i. So, und damit haben wir dann den Render-Pass hier gestartet und da auch wieder beendet. Und da dazwischen können wir dann tatsächlich in der nächsten Episode die Pipeline binden und dann in der übernächsten Episode anfangen, das Ganze dann auch zu zeichnen. Und dann müssten wir im Prinzip nur noch diese Command-Buffers abschicken. Aber, sonst wäre es ja nicht Vulkan, eine Sache, noch ein paar Sachen sind uns im Weg, aber nicht mehr viel. Also wir sind schon sehr, sehr dicht dran an unserem Dreieck. Wir müssen dann noch so Zeug wie Synchronisation und so weiter uns kümmern. Aber dazu dann alles zu seiner Zeit. Gut.